Ich komm noch mal wieder, ne, ich komm mal wieder. So, mach mal. Also, das Pult, hab ich mir vorgestellt, sollte so ausschauen. Wir haben jetzt, also kurz die Idee, wir haben ja sauviele Items in Minecraft, das sind um die 300 oder so. Ja, 300, die man besitzen kann im Ingame. Genau. Dann haben wir sozusagen, also, uns reichen die Einser nicht, die gehen ja nur bis 9, die Zehner reichen uns auch nicht, weil die gehen nur bis 99 und dann brauchen wir also die Hunderter, die gehen bis 999. So, das ist jetzt so die Idee gewesen. Ein Eingabepult, in dem wir eingeben können, die Einserstelle, die Zehnerstelle und die Hunderterstelle von 0 bis 9. Damit haben wir dann sozusagen alles abgegriffen, was wir an Stellen haben. So, jetzt, es war das Ding, wie bringe ich sozusagen das Signal von dem Button weg? Weil das soll. Wenn ich zum Beispiel 421 haben will, dann habe ich hier die Hunderterstelle, mache ich hier die 4, 21, also Zehner ist 2 und Einserstelle 1, dann wäre es die 421. Genau. So, nochmal als Erklärung, falls jemand nicht ganz mitkommt. So würde ich es halt, und ich habe halt dann hier die Buttons gewechselt, dass man ungefähr sieht, gerade und ungerade Stellen, dass man halt so ein bisschen mehr Überblick hat, weil es ja doch relativ viele Buttons sind, auch wenn es, ja, auch wenn es beschriftet ist. So, dann kommen wir hier rüber zu dem. Das ist, das besteht eigentlich aus unserer neuen T-Flipflop, also ganz viele nebeneinander. Die Idee ist jetzt sozusagen, die Buttons, wie sie vorne an der Anzeige sind, kann man quasi hier über, ähm, über Dingsen, über, über, ja, die Signale kommen halt da an. So, das wollte ich sagen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel die oberste Stelle setze, dann schiebt sich der Block hier hinten raus. Oder? Das wollt ihr jetzt nicht. Jetzt kann ich hier die Redstone Line legen und das Signal sozusagen abzweigen. So, das ist die ganze Idee. Ähm, was man dazu noch sagen könnte zur Redstone, ach stimmt, zu der T-Flipflop könnte man ja was sagen. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Wir haben, also, wir haben das, im Grunde haben wir das erfunden. Und zwar, war das da unsere erste, das haben wir glaube ich schon mal gebracht, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das jeder weiß. Deswegen sage ich es jetzt mal kurz neben, nebenher. Hau rein, hau rein. Also. So. So. Totsch rein. Zack. Diese T-Flipflop hat wahrscheinlich schon jeder mal gesehen und jeder gebaut, aber irgendwie weiß kein Schwein, dass wir die erfunden haben. Signal. Und. Kein Signal. Also. Eigentlich sollte das Ding PG5-Flipflop heißen, aber irgendwie weiß das keiner. Irgendwie denken alle, dass es von, von, wie heißt der nochmal? Minecraft Workbench glaube ich. Aber der hat noch nie im Leben was erfunden. Im Video sagt auch, dass... Dass dich über Leute herziehen. Ja. Ne, der sagt ja, der sagt ja auch, dass wir, dass er es nicht erfunden hat, aber irgendwie behaupten, dass die Leute trotzdem, was sie falsch rum geboren haben. Hä? 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 Äh, hatte ich brauche hier einen Block. Gott, ich habe zu viel Zeug. Hihihihi. Ne, stimmt doch. So. Das ist mir verwirrt. Das war das alte. Und die neue ist jetzt sozusagen... Stimmt doch, stimmt doch. So, ja. Genau. War es falsch rum? War es falsch rum? Provokatierst du mich? So. Und das ist jetzt unsere neue. Also die gibt das Signal nach vorne hinweg. So dahin. Das sind sozusagen die Outputs nur kurz mal so nebenher. Das coole ist, die kann gesteckt werden. So wie es Marco hier gemacht hat. Und das ist jetzt sozusagen das, was ich hier gemacht habe. Und jetzt ist die Idee, weil das Ganze soll ja an einem Bildschirm, um zu sehen, was für eine Zahl hat man überhaupt eingegeben. Das machen wir nämlich so, dass ich hier zum Beispiel eine Redstone Line lege. Und dann mache ich hier einen Comparator hin. So, das zeige ich ganz kurz mal, indem ich hier weiter ziehe. So. Zum Beispiel gebe ich jetzt mal die Zahl 9 ein. Dann wird das Signal um das 9-fache hier auch wieder verlängert. So wie vorhin Adam das erklärt hat auf dem Comparator. Also das Signal ist jetzt hier 1 drauf. Das müsste also 14 Kästchen weiter gehen. So. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel die 8 drücke, dann ändert sich das Signal genau um 1. Also es wird um ein Kästchen kürzer. Und 13 haben wir jetzt glaube ich hier. Genau. Und jetzt kann ich zum Beispiel. Ja genau. Ist ja wurscht. Im Grunde. Jeder weiß, was gemeint ist. Jetzt kann ich zum Beispiel sehen, wenn ich hier. Ah ne. Dings musst du ja hier machen. Äh. Repeater wollte ich nicht. Genau. Mit den Repeatern kann ich jetzt sehen. Aha. Drücke ich nochmal die 8. Und dafür dann jetzt die 9. Jetzt sind 3 an. Statt 2. Und jetzt. Zum Beispiel. Nur 2. Jetzt nur noch einer. Und so kann ich dann später rauslesen, was ich auf das Display schreibe. Also das kommt dann zum Beispiel in den Block. Das geht dann weiter. Und dann wird das Display kodiert damit. Das ist die Stelle 1. Das ist die Stelle 2. Und so weiter und so weiter. Das ist wie es funktionieren soll. Und mit diesem Signal kann ich dann auch quasi rauslesen, welcher Speicher. Also welches Item eigentlich kommen soll. Da unser System ja auch noch was cooles machen kann. Also machen soll. Beziehungsweise es dann können wird. Ähm. Haben wir uns gedacht. Machen wir das halt mit Stacks. Also zum Beispiel. Man gibt einen 64er Stack. Okay. Drückt man auf den Kopf. Und dann kommen 64 von den Items. Jetzt soll es aber auch noch zum Beispiel die Hälfte geben. 32, 16, 18 und 1 und 2 haben wir uns gedacht. Das wären auch so die coolen Zahlen. Weil damit kann man dann sozusagen eigentlich alles, was man irgendwie haben will. Und dann welche Anzahl auch bekommen. Ja. Und das wird dann von der Idee her so funktionieren, dass wir zum Beispiel die ganzen Dispenser haben. Oder wo auch immer wir es speichern. Das wissen wir noch nicht genau. Die bekommen ein Signal durch das, was wir eingegeben haben. Und dann haben wir sozusagen die zweite Schalttafel. die kommt dann eben dran. Wo dann da steht. Aha. Moment. So. Warte, warte. Ich gucke. Ich gucke. Dann kommen sozusagen die Buttons da dran. So von wegen. Äh. 64, 32, 16, 8, 2 und 1. Das kommt sozusagen noch dran. So jetzt haben wir auch. Ihr wählt euch hier so ein Item aus. Geht dann rüber. Und noch wieviel ihr haben wollt. Genau. So ist es. Und das wird dann sozusagen dann ankommen. Das wollen wir haben. Achso. Dann habe ich jetzt hier noch. Was habe ich hier noch gemacht? Warum ich unsere T-Flipflop gewählt habe und es nicht anders gemacht habe, ist auch noch das da. Weil das Resetten absolut einfach ist. Also zum Beispiel tausche ich jetzt so aus. Ich mache hier einen Button dran. Jetzt habe ich es so verbunden, dass wenn ich, egal wieviel ihr jetzt drück, hinten vorne, hinten, oben, unten, wenn ich den Reset Button drück, schau mal nach hinten, dann ist alles resettet. Aber du kriegst ein Signal beim Resetten. Aber man kriegt ein Signal beim Resetten, ja gut. Ist im Grunde, im Prinzip ist es wurscht, es wird auf dem Display eine 88 anzeigen. Also 888, weil alles quasi maximal angezeigt wird. Und wir haben einen Siegen, also wir wollten es mit einem 7-Segment machen. Sieht schon mal hübsch aus, sieht schon mal hübsch aus. Genau, jetzt gibt es da natürlich auch andere Möglichkeiten, aber da es die Comparator gibt, wird das eine der kleinsten Möglichkeiten sein, so eine Schalltafel zu verkabeln. Natürlich wird es auch zum Beispiel gehen, dass man so ein Telefonfeld hat und man jetzt schreibt, man sagt eine 4, das ist dann die erste Stelle und dann sagt man eine 5, dann wird es eine 45. Also es schiebt quasi weiter, aber das wird insgesamt sogar glaube ich noch größer wie das eigentlich. Ja hier ist halt die Schalltafel ein bisschen größer, aber die ist eigentlich ganz übersichtlich. Genau, deswegen die ist übersichtlicher und ich habe mir gedacht, das wird eigentlich ganz cool sein. Und mit dem Resetten geht es auch relativ schnell, deswegen coole Sache. Eine Sache? Achso ja. Mach mal. Ein kleines Problem, was man glaube ich hat. Mach mal, wenn schon. Wenn schon! Richtig! Du hast ja dann hier drei Repeater angesprochen, gell? Wenn zum Beispiel das hier ein Signal hat, dann laufen die ja auch. Am aller praktischsten wäre es ja, wenn die dann auch aus sind. Ja, kann man, kann man eigentlich auch machen. Aber wie könnte man es so richtig klein hinkriegen? Wir könnten es auch invertieren. Da kannst du mal den Zuschauern schreiben. Das wäre... Du musst die Zahl minus 14 nehmen, gell? Also... Die Zahl, die du haben willst, minus 14. Also zum Beispiel, wenn du dir die Null drücken würdest. Selbst da ist es. Dann kann man sogar später anfangen. Aber die Signalstärke ist länger als... Ja, genau. So, jetzt. Ja, jetzt passt's. Ja, genau. Ich glaube, die hier braucht man gar nicht, sozusagen. Ne, die braucht man auch nicht. Genau, dass wir mal hier das ansprechen, dass du ja auf allen dreien ein Signal hast. Da musst du ja mal sagen, dass das höchste Signal irgendwie zählt oder so. Da hab ich mir gerade überlegt, ob man da irgendwie was machen könnte, das so ganz kompakt ist. Ja, hab ich mir noch keinen Gedanken gemacht, weil ich hat das Ding noch gar nicht angeschlossen. Naja. Ey, du wolltest auch noch was sagen. Genau, ähm… Jetzt werden manche wahrscheinlich auch sagen, die T Flipflop, die reagiert voll langsam irgendwie. Da gibt's jetzt auch noch einen kleinen Trick. Wenn wir nämlich das Signal invertieren, dann wird es eine ganz schnelle, also die reagiert sofort. Fast eine instant, flippflopp. Nebenbei, und das werde ich auch so machen, also ich werde sozusagen dieses Pult jetzt hierhin verschieben und dann so kompakt wie möglich das Ding verkabeln. Nie schlecht, nie schlecht, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ich auch. Und auf die Probleme, die mitkommen. Die werden doch schlimmer. Dann schaue ich mal wieder rüber zu mir, da habe ich jetzt auch ein kleines Problem, das letzte Mal entdeckt. Und... ... ... ... ... ...